Hallo Leute, am Samstag geht es darum, ob wir es noch eine Runde weiter schaffen. Das wird mega, mega spannend. Drückt uns die Daumen. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob wir es noch mal eine Runde weiter schaffen. Ja, drückt uns die Daumen, es wird sehr spannend.